Dass die Pirellian-Pflanzen wieder zu so einer akuten Bedrohung werden. Das ist... Irgendwie... Du bist... Du bist nur der Rote. Was ist das schon das Ziel? Hä? Willkommen zu Let's Play Super Mario Bros The Lost Levels Nach dem Let's Play stehe ich hier auf vor meinem Stuhl, den zwar hat, schaue in den Spiegel und sehe, dass ich grau bin. Ganz grau. So, jetzt machen wir uns mal die Welt ein bisschen einfacher. Ja, mal sehen. Ob ich irgendwie wieder runter kann. Wow, ich kann auf jeden Fall noch sterben. So, ich fürchte, wir haben ein Problem. Fuck! Lass mich runter! Habt ihr sowas schon erlebt? Ja, also ich glaube, man soll doch nicht hier hoch. Wir warten jetzt brav mal ab, bis Zeitlimit weg ist. Gern, Mario? Oh, mach die schnell weg, diese... Diese Mistdinger. Was? Warum bist du weggespawnt? Warum bist du weggegangen? Wusstet ihr, dass ein Maxi-Pilz verschwindet, wenn er an einer Stelle ist, wo man gerade einen Invisible-Coin-Block aktiviert? Nee, oder? Und ich habe kein Zurwein bekommen. Ja, kommst du noch ein bisschen näher vielleicht? Was hat denn der? Der hat gar keine Berührungsängste. Ey! Ich hasse solche Sprünge. Na! Und der Level ist noch lange nicht vorbei. Was ist da los? Ich muss halt noch da hinkommen. Alter! Und weg ist er. Das gibt's doch nicht. Kannst du mir auch mal gestohlen bleiben. Was hast denn du für Probleme? Einfach weg. Nein! Farsch. Oh, nein! Leute, guckt euch den Scheiß doch mal an. Ich könnte versuchen, dann nochmal nach links zu springen und dann auf den Hammer-Bruder drauf. So in etwa, wenn da kein Kugel-Milie nochmal gekommen wäre. Taktik B, genau. Oh, so ist viel einfacher. Was ihn halt kommen und versinken. Okay. Danke. Ist ja noch so ein Spastikus. Du mit eurem Wind, ey! Du mit eurem Wind. Diese Satzbildung. Oh, fuck, ey! Das war D1. D2 war teurer. Lucky Tool. Aller Freundschaft. Du nervst wie Sau. Lass mich einfach durch. Lass mich durch. Ist okay. Hast mich getroffen. Gratulation. Krass. Meine lieben Milchschnitten des Landes. Ich habe eine Volksrede zu halten. Es geht um das Vernichten, das Massensterben der Klempner in unserem Land. Ja, keine Chance. Was? 3, 4. Das Schloss der dritten Welt. Was hat Bowser diesmal für uns vorbereitet? Ja, da müssen wir wieder die Wege gehen. Damit das akzeptiert wird. Was? Und der untere Weg ist der falsche? Der untere Weg war der schwierigere von beiden. Und? Hä? Der akzeptiert nichts von beidem. Sieht das noch am Ziel aus? Veräppel mich doch nicht. Oh Mann. Die mit ihrem Wind. Wir haben doch Geduld, oder? Ihr müsst Geduld haben in diesem Spiel. Alter. Das ist ja mehr... Gnade vor Recht, ne? Hm. Spring doch, du... Ah. Wisst ihr, der ist schon so ein bisschen runtergefallen. Deswegen konnte ich nicht mehr springen. Und das... Äh. Ja, was? Mann, was wollen die denn für Sprünge haben? Schreibt mir das doch vorher. Sag doch Bescheid, wenn ihr so einen Monstersprung haben wollt. Das war jetzt so fail. Ha. Ich wollte doch da drauf springen. Welt A1. Warum kriecht denn das nicht hin? Du wirst, wenn du auf dem Panzer springst, so komisch abgegrätscht. Pff. Dann, 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 dann. Der wollte mal einen Hammer werfen. Habt ihr gesehen? Komm, lass mich bitte einwerfen. Nein, zumindest. Na gut. Ja, hast auch mal Bock, mich zu bashen? Para-Koopa. Wieder dasselbe. Okay, dann gehen wir den oberen. Das macht beides. Uh-uh. 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 Uh-uh.